Es gibt Neuigkeiten und zwar wird es am 17. und 18. August, schon mal dick im Kalender anstreichen, einen professionellen Tischtennislehrgang unter meiner Leitung geben. Das Ganze findet in Gießen, also in Hessen, statt. Was wird dir geboten? Du bekommst zwei Tage intensives Tischtennistraining in einer Kleingruppe. Das heißt, wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen, sodass wir ein optimales Trainer-Spieler-Verhältnis haben. Das heißt, wir können individuell deine Schwächen, deine Stärken herausarbeiten und an diesen dann jeweils gezielt arbeiten. Außerdem bekommst du theoretisches und praktisches Wissen zum sofortigen Umsetzen in dein Spiel. Wir werden Taktiken für dich erarbeiten, Spielstrategien individuell auf dich anpassen, die du dann in den Spielen umsetzen kannst. Wir werden eine individuelle Technikanalyse mithilfe von Videoaufnahmen durchführen, so dass du weißt, woran du an den nächsten Wochen arbeiten kannst. Du merkst, es wird ein intensives und vollgepacktes Wochenende werden, aber ich hoffe, dass du maximal viel aus diesem Lehrgang mitnehmen kannst. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir einfach hier unten in die Kommentare rein oder eine E-Mail an smart-tischtennis.de. Dort kannst du mir alle deine Fragen nochmal zum Lehrgang stellen oder auch, wenn du dich anmelden möchtest, einfach eine kurze E-Mail an diese E-Mail-Adresse und dann werde ich mich bei dir melden. Ich freue mich auf euch. Ich habe schon richtig Lust auf den Lehrgang und ich hoffe, wir sehen uns dann in Gießen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.